Hallo Welt! Hallo Überlebende dort aussen! Wenn ihr die Nachricht hier gehört, dann heisst es, sie haben auch überlebt. Wir wissen noch nicht genau, was es ist. Kosmische Wirbelstürme, Asteroiden, die der Welt vorbeifliegen, Basel und Morgenstreich, das war alles Thema. Man weiss nicht so genau. Die Tatsache ist, wir haben keinen Strom mehr hier bei Joyce. Ob es hier die Sendung gibt, man weiss es nicht. Vielleicht haben auch die Jungs von der Baustelle neben da irgendein Kabel angehackt. Aber wenn ihr das seht, das heisst, es gibt noch Überlebende hier bei uns. Wir halten durch. Wir haben noch gewisse Lebensmittel hier und auch noch flüssiges Wasser, so wie wir wissen. Also wir sterben nicht in den nächsten paar Minuten.